Vor einiger Zeit habe ich für mein neues Buch «Spiel dein Leben über die Leichtigkeit des Lebens» Cover-Designs in Auftrag gegeben bei einer Online-Plattform. Dann habe ich drei Designs erhalten, selber aus der einen noch eine vierte Variante gemacht und so hatte ich dann vier Varianten, die ich in zwei geschlossenen Communities einfach mal zur Diskussion gestellt habe und mal gefragt habe, was denkt ihr, welche gefällt euch besonders? Das waren diese vier Designs. Und da hat sich ein relativ einheitliches Bild ergeben, und zwar das, ich nenne das ein bisschen so das Yoga-Bild, das dritte, deutliche Favorit, dann so das indische Design, das zweite und abgeschlagen das erste Design, das dann doch zu fest an Herbst und nicht wahnsinnig an Leichtigkeit erinnert hat. Also habe ich das erste Design mal auf die Seite gelegt und ersetzt durch ein neues, das ich selbst gemacht habe, auf Basis dieses zweiten Designs, das da ist. Und das dritte, das letzte Design habe ich etwas abgeändert, weil ich habe da einfach diesen Mann im Handstand übernommen vom dritten Design und der war mir so ein bisschen zu starr, zu wenig verspielt, habe ich da einfach mal diesen Mann ausgetauscht durch einen, der etwas lebendiger wirkt. Das ist noch nicht perfekt, das müsste man da noch von einem Profi sicher nachbearbeiten lassen, aber einfach mal so als Entwurf fand ich das ganz gut so. Und dann habe ich diese vier Designs wiederum zur Diskussion gestellt, und zwar an zwei unterschiedlichen Orten. Zum einen bei den Menschen, die sich auf die Warteliste eintragen ließen für das Buch und zum zweiten auf LinkedIn. Und ich möchte euch kurz das Resultat vorstellen. Also das ist die Umfrage bei den Menschen auf der Warteliste. Und da sieht das Bild so aus, dass das oben links, also eigentlich das vierte Design, dass das am deutlich am besten abgeschnitten hat und nicht deutlich das indische, wie ich das nenne, unten rechts, das zweite, ist ähnlich, ähnlich gut. Und dann das, was ich selbst noch nachgereicht habe, oben rechts, das ist das erste Design mit dem Kreis. Das war doch deutlich abgeschlagen. Und die Umfrage auf LinkedIn hat ein komplett anderes Bild gegeben. Ich habe keine Ahnung, weshalb, aber ja, da war jetzt das, was jetzt da hier am schlechtesten ist, hat hier mit Abstand am besten abgeschnitten. Man sieht das, also dieses Kuchenstück ist riesig, fast die Hälfte und die restlichen, ja, die restliche Hälfte ist aufgeteilt auf die anderen drei Designs. Also, ich habe das nun zusammengerechnet. Dann sieht es so aus, noch immer an der Spitze ist dieses Design mit dem Kreis, Design 1. Und deshalb habe ich jetzt einfach mal dieses Design genommen. Ganz viele Menschen haben Kommentare hinterlassen und Verbesserungsvorschläge. Und ich habe die mal durchgesehen und habe dann einfach mal versucht, was kann ich umsetzen, was nicht. Vielfach gehen die Meinungen einfach auseinander, da kann man nicht allen gerecht werden. Aber ich habe es ein bisschen geändert. Ich habe das Motiv im Kreis drin, habe ich vereinfacht. Und ich habe eine andere Farbe gewählt. Wir sind immer noch ein bisschen am Experimentieren. Wir haben auch da zum Beispiel mit Rot noch gearbeitet. Ist noch nicht ganz fertig, aber wahrscheinlich wird das Design irgendwie in diese Richtung gehen. Ich nehme gerne einen Vorschlag auf und gegen in den nächsten zwei, drei Tagen werde ich das wahrscheinlich dann fertigstellen. Und dann steht mein Design aber so ungefähr, dass ihr eine Vorstellung habt, wie das aussehen dürfte. Und bei dieser Gelegenheit ganz, ganz herzlichen Dank für die ganz vielen Rückmeldungen. Es waren, ich glaube, insgesamt etwa 200 Rückmeldungen über alle Plattformen hinweg. Ich bin echt begeistert davon, was da alles zusammengekommen ist und wie viele Menschen, die sich wirklich beteiligt haben und mir eben nicht nur gesagt haben, welche Variante es ihnen am besten gefällt, sondern auch wirklich ganz konstruktive Ideen geliefert haben, was man noch verbessern könnte. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank.